So, Martin, heute erster Einsatz in der Saison. Ja. Direkt zwei Punkte geholt? Natürlich. Dein Kommentar? Wie war's? Ja, eigentlich wie immer. Wie immer? Minimaler Einsatz. Maximales rausgeholt, sechs Sätze gespielt und zwei Punkte reingeholt. Ja, großartig. Du hast uns jetzt quasi, ich will mal sagen, den Arsch gerettet. Ja, es war doch noch richtig teuer, die Rechnung folgt noch. Oh, du Scheiße. Ja, wann können wir wieder mit dir rechnen? Ja, wenn der mich braucht. Immer, wenn wir die brauchen? Nee, das ist nicht immer. Nächste Woche. Nächste Woche hab ich gehört. Ja, was ist denn eigentlich los? Mach mal aus.